hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren folge bei kärtler kopf ja wir machen weiter mit der mission alles grünen oder so jedenfalls sollen wir jetzt was machen so je nachdem wie viel aufflugs auf dem feld war also wie hoch das gras war hätte man man mehr oder eben weniger gras und ein hektar da das wachstum stark vom wetter und der dünnung abhängen kann der ertrag auf zwei feldern zeitflächen unterschiedlich sein okay so ich habe das gefunden daraus über entladen nix war wieder aufmachen wern lang macht er nicht in vorne runter geht er aus das feld gras die lage feld gras heu 1 plus also so wir machen mal die nächste bahn jedenfalls haben wir so das f2 können wir ausmachen müssen wir sehen mal in der sicht wenn sich lenkt sich am besten ganz ganz nach meinem geschmack so wie die bahn gemacht wurde aber gut der kai tut sich leichter ne video wieder fertig jetzt naja das ist gut jetzt wo die ballen gepresst sind und sind müssen sie es eingesammelt werden bringe in den aktien und die presse ist von unternehmer und wohl deine aktien gesparen du kannst du dich vorher auch noch ein restigen feld pressen ich dachte schon wieder was los wo lang nicht fertig so da oben ist noch links ist so weit noch gleich mit und dann gleich den anderen gesparen holen und dann die ball aufsammeln ganz schlimm aber so viel wird sie auch nicht also und betonen hier haben wir ja richtige tage und auch richtige uhrzeit gut man kann die zeit bekleidigen das kann man sicherlich machen aber so haben wir aber jetzt einen ganzen monatzeiten ne vom frühling halt ein vierteljahr ne und nicht sechs tage also gerechnet ne aber das ist ja eine andere spielweise ist ok wie der alaston vielleicht 22 wie er da heißen wird keine ahnung noch spekulieren lass mich überraschen ne boah die feuerche tschuldigung schokolade auf die kohlensäure ja viele ballen werden es aber nicht ne nun 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 nicht so schnell nicht so schnell so das ist das da hier ein paar da hier ein paar da direkt du ich hoffe insgesamt aber noch ein bisschen größere Karten gibt ne größere Maschinen so mal gucken mal wird hier noch machen die zwei Ecken da und dann nochmal zurück wenn man nicht ganz sicher über den ausspuckt war da irgendwas tun sieht so aus das kann täuschen so b aus v u das ist jetzt der rotieren b an ausschalten v eben senken x und mal ich so kabinenlicht blinker links an v b aus einklappen laden und entladen ist komisch das geht nicht na gut da fahren wir jetzt zum feld 2 zum loni c auf geht's also zum loni erfahren wir jetzt Uhrzeit 07 das ist eine gute Zeit gas mal ganz gut da können wir die straße gerne leeren rechts dann geradeaus dann bei für links hier geht nicht also das werde ich wahrscheinlich auch noch justieren müssen also wahrscheinlich gut kommt kein auto zum gas gehen ist ja bisschen angenehmer zu fahren mit gaspedalen und mit mit Lenkung sicherlich noch ein bisschen äh besserungswürdig kann man sagen aber gut erstmal geht's c7 heißt von äh äh das ist unterschiedlichen Gruppen im Traktor mal mal gehört kann man sagen ne kann ja nicht sagen wie es würdig ist aber das mag er noch weil wir für verschiedene Traktoren anders sein unterschiedlich so den sollte er hinstellen das machen wir auch gut so sammeln beide Fahrzeuge ein her damit so so wir losdüllen ne wurde beim Taktor gelassen so da fahren wir ganz schnell hin bin ein armer bauer ich habe fast keine Traktoren wo wir also aufgleichen vom Unternehmer von Notunternehmer schlecht Karte geradeaus mal gut da waren 4 aufgleichen vom Ballgelassen oder 6 wenn überhaupt 4 sollten ja sein am Anfang ein bisschen Abkürzung kürzer neuerlinge Straße neuerlinge Straße ja auch sich anfangen wir sind gras und wird uns nicht so ankommen erst im feld 2345 und sammle mindestens zwei ballen auf dem zweiten feld gut mal hier mal schauen x da klappt man auf dann das typisch denn wir müssen ja nicht abhängen f2 so geht es auch mit maus ja wie geht es ab wieder das weiß ich jetzt nicht dazu gehen wir ganz kurz raus und zwar bei einstellungen und zwar steuerung ist eigentlich hier drinnen ich glaube und zwar das ist hier das untere da muss ich wissen weiter fertig untere das muss ich mal hinten sehen da geht nix habe mir klar einstellungen da muss man schauen das ist hier ob das jetzt was bringt das ist eine gute frage jetzt ist es die frage wofür ist die steuerung da ne vorwärts geht rennen vse und säcken die frage so dass der fest und freudige wäsen sein da muss man draußen wie es funktioniert zuerst schön dank fürs reinschauen ja wo geht es hier weiter hoffen mit dem gras machen können oder ballen addis tschüss 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 tschüss